9 Anzeichen, dass er dich vermisst und was es in Wirklichkeit bedeutet Wie kannst du mit Sicherheit wissen, was es bedeutet, wenn ein Mann sagt, dass er dich vermisst? Es gibt wahrscheinlich kein untrügliches Anzeichen, um diese verschlüsselte Botschaft zu entschlüsseln. Es ist unmöglich, sich zu 100% sicher zu sein, dass er es ehrlich meint. Du kannst dir nicht sicher sein, ob er ehrlich ist oder ob er nur an dein Höschen möchte. Vielleicht ist am Ende dein Herz gebrochen, weil du ein Opfer eines Playboys geworden bist oder du wirst für den Rest deines Lebens glücklich werden, weil du eine fast perfekte Beziehung hast. Möchtest du wissen, welche der beiden Möglichkeiten in deinem Fall am wahrscheinlichsten ist? Natürlich möchtest du es wissen. Beziehungen sind auch schon ohne diese zusätzlichen Probleme kompliziert genug. Wenn du darüber nachdenkst, dann ist es nicht so eine ernste Angelegenheit im Vergleich zu dem, was noch vor dir liegt. Du wirst sehr viele Herausforderungen und gemischte Botschaften von deinem Gegenüber bekommen und dir darüber den Kopf zerbrechen, was er damit meint, wenn er sagt, dass er dich vermisst. Du musst alle Anzeichen wirklich genau überprüfen, denn manchmal wollen die Menschen die Wahrheit nicht sehen, auch wenn sie direkt vor ihnen liegt. Wenn du verliebt bist, dann bist du dazu nicht in der Lage, dir Dinge klar zu sehen. Manchmal hält uns unser Bedürfnis nach Liebe davon ab, die richtige Situation zu erkennen, in der wir uns befinden. Manchmal interessiert er sich nicht so sehr für dich, aber du weigerst dich, es anzuerkennen, weil du nicht willst, dass es wahr ist. Versuche also objektiv zu sein. Versuche deine Gefühle von deiner Logik zu trennen. Ich weiß, dass es nicht einfacher ist, weil das Herz will, was es will und weil du nichts dagegen tun kannst. Aber um deinetwillen und um ein mögliches gebrochenes Herz zu vermeiden, sei am Anfang einfach besonders vorsichtig. Schau dir deine Situation aus einem anderen Blickwinkel an. Tu das, als würden die Dinge, die dir passieren und die dich stören, einer anderen Person passieren. Jemandem, den du kennst. Versetze dich in deren Lage und überlege, was du einer anderen Person raten würdest. Das ist das Erste, was du tun solltest, bevor du eine Maßnahme ergreifst. Natürlich ist es leichter gesagt als getan. Wenn es so einfach wäre, dann wären Frauen nicht besessen, davon herauszufinden, was es bedeutet, wenn ein Mann sagt, dass er dich vermisst. Auch wenn du die Zeichen richtig verstanden hast und der Grund, weswegen er dich vermisst, dir zugutekommt, dann kannst du dir noch nicht sicher sein, dass es so für immer bleiben wird. Es gibt keine Formel dafür, die dazu führen wird, dass er bei dir bleiben wird, weil sich Menschen verändern. Dinge, die sie mögen, verändern sich und ihr Verhalten verändert sich. Deswegen kann dir niemand garantieren, dass er dich für immer vermissen wird, wenn er dich gerade jetzt vermisst. Aber genug von der Zukunft. Wir konzentrieren uns nun darauf, was dich momentan stört. Wenn du diese Probleme hast und du einfach nicht herausbekommst, was in seinem Kopf vor sich geht oder wenn du dich selbst vor Herzschmerz bewahren möchtest, dann hör dir die nächsten Anzeichen an. Was bedeutet es wirklich, wenn ein Mann sagt, dass er dich vermisst? 1. Er schreibt dir. Nun ja, das bedeutet wirklich, dass er mit dir kommunizieren will. Vielleicht tut er sich einsam und möchte in deiner Nähe sein. Ich weiß es nicht, einfach zu entscheiden, ob er dir schreibt, weil er etwas von dir will oder weil er dich wirklich vermisst, weil er bei dir sein möchte. Aber du kannst es leicht an der Art, wie er dir schreibt, herausfinden und an der Art, wie du ihm zurückschreibst. Um ein kleines Experiment durchzuführen, versuche, seine Nachrichten für ein paar Stunden zu ignorieren und schaue, was danach passiert. Wenn er falsche Absichten hat, dann wird er sich wahrscheinlich nicht in Schwierigkeiten bringen, die erneut zu schreiben. Er wird deine Stille als negative Antwort interpretieren. Aber wenn er dir erneut schreibt und sich Sorgen macht, wieso du ihm nicht geantwortet hast, dann hast du etwas Brauchbares. Er wird wissen wollen, ob du ihn auch vermisst. Am Ende des Tages wird er alles versuchen, um die Konversation mit dir zu verlängern, weil er dich wie verrückt vermisst. 2. Er sagt in der Öffentlichkeit, dass er dich vermisst. 3. Er ruft dich an und macht, während er spricht, einen auf ganz wichtig, während seine Freunde oder Kollegen in der Nähe sind. Er möchte nicht an einen Ort gehen, in dem er in Ruhe mit dir reden kann. Das bedeutet wahrscheinlich, dass er Hintergedanken hat. Er möchte, dass alle mithören, was er sagt. Er macht einen auf dicke Hose, weil er seine Unsicherheiten verbergen möchte. 3. Sei vorsichtig, weil du in dieser Situation nur ein Werkzeug dafür sein könntest, damit er sich selbst beweisen kann. Es könnte sein, dass er dich anruft und dir sagt, dass er dich vermisst, nur um den anderen zu beweisen, dass er eine Freundin hat. Und um ihn zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Das zeigt dir sofort, dass das keine Liebe ist. Es geht ihm darum, dass er gut vor anderen dasteht. Du brauchst es nicht, denn diese Liebe wird nicht lange halten. Ich meine damit, sie wird zu lange halten, solange sie ihm genehm ist. 3. Er kontaktiert dich in den sozialen Medien Okay, jemanden zu vermissen bedeutet nicht notwendigerweise, dass man sich in einer Beziehung befindet. Du kannst auch jemanden vermissen, mit dem du Schluss gemacht hast. Du kannst jemanden vermissen, der nur an dir vorbeigelaufen ist. Du kannst einen Mann vermissen, der in einem Einkaufszentrum arbeitet, in dem du dir ein Laptop gekauft hast. Jemanden zu vermissen hat nichts damit zu tun, sich in einer Beziehung zu befinden. Wenn ein Mann dich in den sozialen Medien stalkt und du ihn noch nie getroffen hast, dann ist er vermutlich total an dich verschossen und vermisst dich, weil er dich niemals hatte. Wenn jemand, mit dem du zusammen warst, dir Texte in den sozialen Medien schickt oder dir Likes schickt und jedes Bild, das du postest, kommentierst, dann ist es definitiv ein Anzeichen dafür, dass er dich vermisst und sich vermutlich wieder mit dir treffen möchte. Er will dich zurück. Wenn ihr für einige Zeit zusammen wart und er dich immer noch kontaktiert und auf deinen sozialen Netzwerken aktiv ist, dann ist er definitiv noch nicht über dich hinweg. 4. Er möchte, dass du ihm Bilder schickst. Das ist definitiv ein Anzeichen dafür, dass er dich vermisst, aber auf welche Art, das ist die Frage. Es könnte sich um Schweinskram handeln, aber es könnte auch vollständig unschuldig sein. Aus diesem Grund schreibe ich weiter oben, dass du alle Anzeichen dafür, dass er dich vermisst und was sie bedeuten, genau studieren musst, weil es eine Gratwanderung zwischen einer guten und einer schlechten Bedeutung gibt und einer, die dir gefällt oder eben nicht. Es ist möglich, dass er nur heiß auf dich ist und nur möchte, dass du ihm Bilder schickst, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Aber andererseits kann er dich auch um ein Bild bitten, weil er dich wirklich vermisst und dich auch virtuell bei sich haben möchte. Er möchte dein Gesicht sehen, weil es ihn glücklich macht. Er möchte dazu in der Lage sein, an dich zu denken, wann immer er sein Handy in die Hand nimmt. Er möchte jeden Moment seiner freien Zeit dazu nutzen, sich das Gesicht anzuschauen, das er am meisten vermisst und dich. Er besteht darauf, dich zu sehen ist, darauf zu warten, dass er einen Schritt unternimmt und etwas dafür tut, um dich wiederzusehen. Worte bedeuten nichts, wenn sie nicht von Handlungen begleitet werden. Also sei klug und geduldig und warte darauf, dass er dir beweist, dass er dich wirklich sehen will und dich vermisst. Wenn er eifersüchtig ist, aber nicht eifersüchtig auf besitzergreifende Weise, dann bedeutet das, dass er dich wirklich vermisst. Männer haben das Bedürfnis, jedem zu zeigen, dass du zu ihnen gehörst. Sie wollen jedem sagen, dass du vergeben bist und dass die anderen sich besser um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollten und ihr Glück woanders suchen sollten, weil du ihnen gehörst. Das kann sehr anstrengend sein. Du kannst das Gefühl haben, dass er dich erstickt, aber solange es im normalen Rahmen ist, dann bist du sicher. Andererseits gibt es Menschen mit einem ernstzunehmenden Problem. Es gibt Männer, die anfangen, dich zu kontrollieren, weil sie dir nicht vertrauen. Vielleicht haben sie zu viel Angst davor, dass du sie verlassen könntest, also stellen sie sich Dinge vor und übertreiben in gewissen Situationen. Und wenn du sie damit konfrontierst, dann werden sie dir versichern, dass sie dich lieben und sie sich so verhalten, weil sie dich vermissen. Sei vorsichtig und lass nicht zu, dass dir jemand deine Freiheit wegnimmt oder dich in irgendeiner Weise einschränkt. Wenn du siehst, dass er genau das tut, dann vermisst er dich nicht. Er hat nur ein ernstzunehmendes Problem. Siebtens. Seine Freunde geben dir Hinweise. Ihr beide wart in einer Beziehung und habt miteinander Schluss gemacht. Ein wenig Zeit ist vergangen und du hast von ihm seit einiger Zeit nichts mehr gehört, aber seine und deine Freunde geben dir Hinweise darauf, dass er noch nicht über dich hinweg ist und dass er dich vermisst. Er ist vermutlich zu schüchtern, um es dir zu sagen oder er möchte dir deinen Freiraum geben. Das ist definitiv ein wahrhaftiges Anzeichen, dass er dich vermisst und es bedeutet, dass er dich zurückhaben möchte. Vielleicht ist ihm klar geworden, was für ein Arsch er war und da er es nicht darauf anlegt, mit dir zu sprechen oder dich zu kontaktieren, dann solltest du womöglich darüber nachdenken, ihm eine zweite Chance zu geben. 8. Er ruft dich an, wenn er betrunken ist. Ich weiß, dass die meisten von euch sofort denken, dass das Einzige, was er will, Sex ist. Aber in den meisten Fällen hat jede Geschichte zwei Seiten und so auch diese. Ja, du bist ihm vielleicht völlig egal und er ist vermutlich in der Stimmung für eine Bettgeschichte und die beste Lösung dafür ist, dort zu suchen, wo man es regelmäßig bekommen hat. Ja, es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass er nur sagt, dass er dich vermisst, um dich ins Bett zu bekommen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass er bei dir sein möchte. Es besteht auch eine Chance, dass er dich wirklich vermisst. Vielleicht hatte er nicht den Mut, dich anzurufen. Vielleicht wusste er nicht, was er dir sagen sollte. Du weißt genau, dass wir alle dumme Dinge tun, wenn wir betrunken sind, aber wir sind doch alle in solchen Momenten unglaublich mutig. Vielleicht war das alles, was er brauchte, einen kleinen Anschubser, um dir zu sagen, dass er dich vermisst und dich immer noch liebt. Es gibt einen Weg, um dies herauszufinden, aber es funktioniert leider nicht immer, weil wir alle unterschiedlich sind und es kein hundertprozentiges Muster für menschliches Verhalten gibt. Das ist das Schöne daran. Aber wenn er dich nach dieser wilden Nacht am nächsten Morgen anruft oder anschreibt, dass er sich für sein Verhalten entschuldigt, dann war er vielleicht am Abend vorher nur ehrlich und emotional. Wenn er dich nicht kontaktiert, dann wollte er wahrscheinlich nur eins. Sex. Er sagt nur, dass er dich vermisst. Das ist das Schönste, was dir ein Mann sagen kann und zugleich das Ehrlichste. Es gibt keine verborgenen Beweggründe hinter diesen drei Worten, ich vermisse dich. Er wird es nicht auf die Spitze treiben, indem er sagt, dass er dich vermisst. Nehmen wir an, dass er dich ganz normal vermisst und dass du es weißt. Dein Instinkt wird dir sagen, dass er er selbst ist und dass seine Absichten ehrlich sind. Und natürlich können nicht alle Männer die ganze Zeit durchweg cool sein. Auch die Männer, die die härtesten Schalen haben, geben dem inneren Druck nach, den die Liebe in ihnen auslöst. Aber das Wichtigste ist, dass du weißt, dass er ehrlich ist. Du wirst es in seinen Augen sehen. Und er wird es dir höchstwahrscheinlich beweisen. Denn wenn dich jemand wirklich vermisst, dann wird er dir keine leeren Worte sagen. Er wird es dir zeigen.